Hey ihr Lieben, im heutigen Video dreht sich alles um die Frage, warum tust du, was du tust? Und für mich ist es eine fundamental wichtige Frage und bestimmt wirklich alles, was ich tue. Und ich erkläre dir ganz kurz, warum das so ist. Es gibt das Modell Golden Circle von Simon Sinek. Ich packe das Video, wo das erklärt ist, auch nochmal in die Infobox für die, die es mehr interessiert. Und bei diesem Modell geht es darum, dass es drei verschiedene Ebenen gibt von den Dingen, die wir tun im Leben. Die ganz äußere Schicht ist das Was, also das Oberflächliche, was wir tun, also welches Produkt wir verkaufen, welche Projekte wir machen, was wir arbeiten. Die zweite Schicht, das etwas weiter in der Mitte liegende, ist das Wie, also die Art und Weise, wie wir etwas tun. Und ganz im Zentrum, und das ist für mich wirklich auch das Essentielle, ist das Warum. Also warum gehe ich morgens auf Arbeit, warum stehe ich auf, warum studiere ich, also all diese Themen. Und für mich hat Warum eben zwei verschiedene Komponenten. Wenn man sich mal anschaut, in den meisten Small Talks ist es ja echt so, dass die Leute viel öfter darüber reden, was sie tun, also ey, was arbeitest du eigentlich oder ja, wo wohnst du oder sowas. Aber überhaupt total selten nach dem Warum-Fragen. Und das finde ich super schade, weil das Warum ist eigentlich das, was eine Person in ihrem Kern ausmacht. Vielleicht achtest du ja beim nächsten Small Talk mal ein bisschen mehr darauf, wie du die Fragen formulierst. Aber jetzt zurück zu diesen zwei Komponenten. Für mich hat das Warum, ja, wie gesagt, so zwei Ebenen. Einmal die Ebene nach innen und das Warum nach außen. Nach innen ist es natürlich grundlegend die Motivation. Also die Art und Weise, oder wenn ich morgens im Bett liege und aufwache, stelle ich mir die Frage, Alwin, warum stehst du jetzt auf? Warum machst du jetzt überhaupt, warum startest du mit dem Tag? Und dann natürlich damit verbunden die Frage nach dem, wieso sollte ich da dranbleiben? Also bei mir ist es gerade zum Beispiel so, ich bin gerade mitten in der Prüfungsphase im Studium und eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr zu studieren. Aber ich habe dafür ein anderes Warum. Also mich interessieren die Themen nicht, aber ich habe ein anderes Warum, weshalb ich immer noch zur Uni gehe und die Prüfung mitschreibe. Und eben zu wissen, warum man den Tag beginnt und warum man an etwas dranbleibt, sind eben zwei grundlegende Aspekte von der Motivation. Und da ist es cool sein, warum zu wissen. Der zweite Punkt, Unzufriedenheit. Also ich habe, als ich bei der Hero Society angefangen habe, ein paar QRGs zu geben, war ich am Anfang ein bisschen unzufrieden mit der Situation, weil ich eben eigentlich viel stärker mit dem Unternehmen an sich zusammenarbeiten wollte und im Team eingebunden sein wollte und Projekte mit denen im Rahmen Potenzialentfaltung und Zukunftsorientierung machen wollte. Und ich habe mich da so ein bisschen gefühlt wie der Sportlehrer, der da die so ein bisschen bespaßt nach der Schule. Und ja, deswegen hat mir das dann total geholfen, mein Warum zu formulieren. Also klar zu bekommen, wieso ich eigentlich bei der Hero Society bin. Und das hat dazu geführt, dass ich aufgehört habe, mich selbst zu bescheißen. Also in anderen Projekten habe ich dann einfach gesagt, nee, das war's. Das ist es nicht mehr, was mir bedeutet. Nämlich, und zwar ist diese Klarheit erst gekommen, nachdem ich mein Warum klar hatte. Und genau, sich selbst nicht zu bescheißen, super wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache. Und das Dritte ist das Thema Klarheit über die aktuelle Lebenssituation. Wenn ich mir anschaue, warum ich die ganzen Dinge mache, die ich mache, kommt bei mir an total vielen Punkten wieder dieses Thema Erfahrung sammeln. Also ich stehe gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo es super wichtig ist, für mich ganz viel aufzusaugen, ganz viel auszuprobieren, Erfahrung zu sammeln. Und die Bewusstheit darüber und das Bewusstsein darüber, dass gerade dieses Erfahrung sammeln für mich so wichtig ist, zeigt mir, in welcher Lebenssituation ich aktuell gerade bin und welche Projekte gerade ihre Berechtigung haben und bei welchen ich vielleicht nochmal ein bisschen zurücktreten muss und sagen, nee, das ist gerade noch nicht dran. So, das war die Ebene Innen. Jetzt kommen wir zum Außen. Wenn wir das Warum im Innen klar haben, dann ist es unsere Aufgabe, das nach außen zu kommunizieren und zu transportieren. Das ist aus zweierlei Gründen wichtig. Zum einen ist es bei Teamarbeit total essentiell, dass unsere Teamkollegen wissen, warum wir in diesem Projekt dabei sind. Das war bei mir das allererste Mal relevant in dem Projekt in Falter, also in diesem Bildungsprojekt, wo dann nach dem ersten Durchlauf klar wurde, dass meine Teamkollegen aus einem ganz anderen Grund dabei waren als ich und dann gab es irgendwie Diskrepanzen bei den Vorstellungen, in welche Richtung sich das Projekt jetzt weiterentwickeln sollte und wenn wir das vorher schon klar gemacht hätten, dann wäre das ganze Projekt viel einfacher, viel smoother, viel klarer über die Bühne gelaufen und genau, das ist für mich so eines der Top Learnings gewesen. Und das Zweite ist, dass die Teamkollegen dann viel besser auf die eigenen Bedürfnisse reagieren können. Das heißt, wenn ich ihnen sage, warum ich in einem bestimmten Projekt dabei bin, dann kann man daraus irgendwie konkrete Bedürfnisse ableiten und die ganze Zusammenarbeit wird einfach viel menschlicher und viel angenehmer, sich gemeinsam in diesem Prozess zu bewegen. Um sich dieser ganzen Frage des Warums klarer zu werden und da mehr zu sich selbst zu finden, ist es wieder super wichtig, ich weiß, ich spreche hier total oft davon, aber da ist es einfach wirklich die Kernkompetenz, sich selbst beobachten zu können. Also sich auf die Suche nach dem eigenen Warum zu geben, schult total die Beobachterfähigkeit, weil ich wirklich schauen muss in allem, was ich tue, ob ich jetzt in der Uni in der Vorlesung sitze oder ob ich am Schreibtisch in der Arbeit irgendwelche Rechnungen schreibe, wie fühle ich mich gerade? Fühlt sich das gerade gut an? Zieht es mich gerade ganz woanders hin? Oder geht es mir gerade total gut und ich bin super entspannt hier? Also sich da auf diesen Beobachterstuhl zu setzen und konsequent ehrlich zu sich selbst zu sein, ist da wirklich das absolute wichtige Element in der ganzen Sache. Und zum Abschluss mag ich noch einen kurzen Impuls mitgeben. Das ist jetzt wahrscheinlich eher für die, die ein bisschen umfangreicheres Repertoire an Dingen haben, was sie gerade tun. Mir hat es total geholfen, mir eine Liste zu machen, wo ich eine Tabelle mit zwei Spalten habe und in der linken Spalte habe ich alle Sachen, die ich gerade tue in meinem Leben, also Parcours-AGs, Studium, Ausbildung bei Leadership hoch 3, YouTube, Instagram, alle möglichen Sachen untereinander geschrieben. Und in der zweiten Spalte dann das Warum. Warum mache ich dieses Projekt? Und dann habe ich mir diese Tabelle ausgedruckt und habe die an meinen Schreibtisch gehangen, an die Wand. Und immer wenn ich an irgendwas zweifle oder irgendwie mich gerade frage, du, was bringt das eigentlich gerade? Wieso bin ich hier dabei? Werfe ich da einen Blick drauf und habe das Ganze wieder klar. Und es fällt mir dadurch auch viel leichter, das zu kommunizieren nach außen. Das ist wahrscheinlich nicht nötig, wenn du nur eine oder zwei oder drei Sachen hast, die du gerade machst in deinem Leben. Dann ist es vielleicht einfacher, sich das im Kopf zu behalten. Aber mir hat das total geholfen. So, das war es erstmal für das heutige Video. Ich würde mich total freuen, wenn du mal in die Kommentare schreibst, wieso, aus welchem Grund, warum machst du gerade die Dinge, die du tust in deinem Leben. Und, ja, hat dir das geholfen gerade das Video, dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere meinen Kanal, dann verpasst du auch nichts mehr in Zukunft. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag mit einem starken Warum und, ja, freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, ciao.